Ach, ne. Bleibt er da drauf. Ich hab ihn noch nicht weggeholt. Da kommt ein großer. So. Hahaha, sehr gut. So, und jetzt ist das Ding da drauf. Also weg mit dem Murmel. Jetzt hat er es geschafft. Jetzt soll er den Schrein hier aktivieren, oder? Ne, hier hinten ist noch. Ah, ne, wir haben den verkehrt aktiviert. So. Zieh mal die Murmel hier. Rein. Rein. Hep. Hahaha. Achso, ich bin einfach... Entschuldigung. Ich... Hab mich optisch ver... So. Die andere Seite. Komm, komm. Oh, noch ein bisschen früh? Nö. Ja, passt doch, oder? Steht der? Ja. Na, ja, jetzt. Jetzt ist das Ding immer noch offen. Aber... Ne. Ja, what the fuck? Ja, aber da unten ist so ein Schrein. Da. Ja, dann mach mal. Und jetzt... Aber was macht der denn? Der öffnet irgendwas. Aber was? Aber was? Das ist die Frage. Vielleicht sollten wir beide Lampen auf einmal machen. Das geht doch nicht. Nein, sicher. Pass auf. Hep. So. Hep. Komm, 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 komm. Das ist ein Heilschrein. Ist der immer was? Ach so, okay. Hier oben, ich hab einen gesehen. Ein Schrein hier. So ein beweglicher. Ach ja? Ja, 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 ja. Komm, 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 hier. Zack. Ja, so geht's. Hier hast du einen. Komm. Zack. Hep. So, fertig. Einparken. Zzt. So, und jetzt haben wir beide offen. Da sind... Oh, Hilfe. Was ist denn hier los? Aua. Was? Er hat mich... Ich auch. Uh, okay. Doch gar nicht so einfach. Nochmal. Das war jetzt schon schwieriger, ne? Ja. Wesentlich schwieriger. Ja, das kennen wir jetzt. So, hep. Los. So, was müssen wir machen? Die Lampen an, ne? Lampen. Zack. Fünf. Ding, 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 ding. Hep. Ach, ihr Fuzzis. Oh, Entschuldigung. Zieh mal rüber. Ja. Not by physical strength. Amor. Okay. Spirits. Tatsch. Komm rein, ja. Ah, du, ah, ja, warte, du, geh, also. Shit. Und jetzt? Die Kreaturen sind sehr unstable. Ich kann sogar aus. Ich komm nicht raus. Äh, tsch. Also. Ich stamm vom Weg. Halt. Und nun? Also. Da wieder rein? Parken da. Lauf doch da um die Ecke. Habe ich doch. Ne, ich mein hier mein Manneken. Dein Manneken. Stehst weh. Zack, so. Ja. So, und jetzt hopp, hopp, hopp. Zack. Und? Wie kriegst du den jetzt da rein? Du glaubst du außerhalb vom Kreis laufen. Nö? Naja, zu schnell. Okay. Na. So. Hopp. Okay. So, wo war der andere? Wo ist oben? Oh, ich guck die ganze Zeit auf dein Manneken. Ja, ich... ...wundere mich schon, warum du immer so weit wegläufst von der Kugel. Hier, das Ding hier. Äh. Zack, kaputt. Hopp. sulp. Hier, der andere ist, wenn du in den Etrieb hast. Und hier, das ist ein bisschen dran. Ja, wie gesagt, das legt ein wenig bei mir. So. Hupser, komm, heil dich mal. Ne, warten wir mal. Daneben. Okay. Haha, jetzt hab ich den Bogen raus. So, Heilung. Immerhin. Achso, okay. Entschuldigung. So. Den Typen haben wir platt gemacht. Kommen wir jetzt da rein? Äh, geh du mal auf die andere Seite von diesem Kasten, wo ich vorstehe. Achso. So meinst du. Steak. Ja, und jetzt? So, hier unten. Hier unten ist noch einer. Wo denn? Der ist jetzt ein bisschen trickier, hier. Da unten, hier. Ach, trickier. Ach, Quatsch, tricky. Okay. Oh. Ach, nee, doch nicht. Ups. Paff. Paff. So. Jetzt müssen wir nur irgendwie drumherum kommen. Ah, dafür ist ja der Lampenschrein da. Der Mauer. Der ist, äh, Holzpfähler runter. Muss weggehen, wenn er er ausholt. Dann haut der hier nämlich ein. Wir können doch hier drumherum latschen einfach. Kommst du mit? Der muss doch da hinten rein. Ja, genau. Komm mal mit. Ich steck hier fest. Bis dahin geht doch. So. Hops. Musst du einmal drumherum fahren. Rum, rum. Hup. Oh, ja, stimmt, das gäbe auch. Man hätte auch ne Abkürzung nehmen können. Schnick, schnack. Well done. Wenn man hat mich nicht stammt. Wow. 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 Oh nein. Lauf zum Heilschrein. Ah. Da hab ich rausgeschmissen. Zum Heilschrein. Ich hab vergessen, die Kugel mitzunehmen. Hahaha. Okay. Ein Versuch noch. Wir haben schon rein. Ja, lass noch mal versuchen. Ein nochmal. Ja, wir haben ein bisschen... So, aber jetzt. Ja. So, hepp. Ach so. Teuer, Mann. Hepp. Genau. Zack. Hup. Bumm. Auf die Rübe. Hepp. Ich geh mal. Zieh mal. Die Rübe. Nochmal. Oh nein. Jetzt ist er, bleibt er umstecken. Nein. Ist doch egal. Du musst einfach nur festhalten. Nein. Ach so. Ich weiß jetzt. Okay. So. Ja. Komm. Komm. Ich will nicht. Okay. Diese Kreaturen sind sehr unabhängig. Shit. Pull mal das Ding zurück. So, jetzt hab ich's. Jetzt hast du das Ding rausgeholt. Ne? So. Den muss ja. Den brauchen wir ja nicht. Den Schrein. Den brauchen wir nicht? Den brauchen wir nicht. Den anderen da vorne brauchen wir. Natürlich brauchen wir den. Nein. Hier. Den brauchen wir. Aha. Okay. Wie sie wünschen. Da hätte man ein Schrein mehr gehabt. Okay okay. Okay okay. Dann brauchen wir den. Na gut. Na gut. wende murmel stellen hier in der ecke so jetzt perfekt kommt so dicker wo war der andere schreien zum heil schreien wenn wir können wir schon mal in die ecke ziehen hier so steht schon mal da komm mit noch ein gegner Komm, 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 komm. Schön mitkommen. Überbraucht. So. Lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf. Zecken. Achtung. Ah, ich sterbe. Komm, bist du. Komm zurück. Jawohl, weg mit dem Arsch. Geigen, Aua. Send me on my way with the moving shrine. You can always call upon me. Das war die Dinger hier weg. Genau, mal weg. Zack, so. Nehmen wir direkt das Ding. Nehmen wir direkt mit. Ja, ne. Ach halt, wo ist denn der eine Schrein? Der steht schon an seinem Platz? Oh, Entschuldigung. Ja, ja, der steht da schon. Oh, Entschuldigung. Haben wir noch dahin gezogen. Wohin soll der jetzt? Runter, runter. Oh. Ich bin wieder. So. Und hüp. Weg, Wurm. Noch mal heilen? Ja, ne. Hüp. Zack. Ja, so weit so. Weg. Au. Mistviecher. Hier ist noch so ein scheiß Ding. Da kommt ein Dicke. Hahaha. So. Ach, hier der noch. Ach ja. Zieh mal durch. So. Oh, da kommt was ganz Dicke. Oh, Mann. Zieh durch. Ja. Got it. Okay. Das war schon wirklich wesentlich schwerer, muss ich sagen. Auf jeden Fall. Hahaha. In drei Minuten 55, na klar. Vermeide Verletzungen durch, wird einen schwankenden Schwärmer. Was ist das? Keine Ahnung. Ich glaube, diese explodierenden Dinger. Ja, da musst du einen Bogen, Heinz, mitnehmen. Dann kannst du es schaffen. Okay. Ich würde sagen, das war's fürs Erste. Die Prüfung war uns schwer genug. Hahaha. Linien im Sand, ja, das ist so easy an, ja, von wegen. Du warst gespannt, was da noch ist. Ja, wollte ich auch gerade sagen, ich bin gespannt, wer soll das nächste da in den Zimmer. Und das sind ja erst die ersten Levelchen. Da kommen bestimmt noch einige nette Dinger. Okay. Dann, wie ich sagen, bis zum nächsten Mal. Habe die Ehre. Tschüss. Tschüss. Tschüss.